Das ist eine Lautstärke, ey. Krass, das ist gerade sehr laut. Krass, das Intro hier, wie ist meine Sendung. Hallo, willkommen. Wir spielen. Ja, ihr und ich spielen EDF und du bist der absolute EDF-Profi, möchte man sagen. Nicht nur, weil du sehr viele Ameisen bei dir in der Wohnung hast, kann ich bestätigen, als jemand, der mit dir zusammen gewohnt hat. Die Ameisen kamen aus deinem Topf. Als du den Topf über zwei Monate lang hast stehen lassen, ich weiß nicht, was es war, Pasta mit Adelbiata-Soße und dann kamen die Maden. Es war gelogen, was ich gerade gesagt habe. Bei ihren bleibt es nicht lange genug rumstehen, damit sich da Ameisen... Nein, du sollst nichts erzählen. Wir sind ein Team, wir schmeißen uns nicht gegenseitig in die Pfanne. EDF, power to the EDF und tot allen Insekten. Genau, wir sind hier gerade, ups, Moment, wenn ihr die Bilder seht, wir sehen dein Screen jetzt. Ich bin auch fertig, wir haben uns eingestellt, wir haben uns ordentlich Waffen geholt und sind bereit. Jetzt müssen wir eigentlich gleichzeitig spielen. Ich hoffe, dass die vier nicht so groß werden, weißt du, wie ein Insekt-Armageddon. Man will doch, dass die groß werden. Nee, ich finde diese Autogröße finde ich noch okay bei Spinnen, aber wenn die dann so wie ein Haus groß sind, dann kann ich kaum spielen, so sehr ekelt mich das, weißt du. Oh, da geht es auch direkt los. Aber sie sind groß, sie mögen groß sein, aber sie bluten, also können wir sie töten, weißt du. Wenn sie bluten, können wir sie töten. Stell dir einfach mal vor, es wäre wirklich so. Ich würde niemals in den Kampf gegen gigantische Insekten eintreten, weil die können nur gewinnen. Ich würde von vornherein aufgeben und gucken, was sich retten kann. Ja, aber wenn du so eine Genocide-Gun hast, so boom, weißt du. Ja, aber guck mal, allein den ganzen Müll am Ende wieder wegräumen. Da kannst du Generationen von Menschen nur mit der Abfallbeseitigung beschäftigen. Plus, es gibt halt Milliarden Ameisen. Aber wir Menschen sehen auch, wie Ameisen aus von oben bestimmt. Wir Ameisen sehen auch, wie wir Ameisen aus. Und arbeiten unser ganzes Leben lang tot und schaffen so Nahrung immer zum Hügel. Und irgendwann verrecken wir daneben und das ganze Essen liegt daneben. So ist das nämlich. So ist das Leben. Also wie bei den Ameisen. Das ist eine Ameisen-Analogie, ich stimme dir völlig zu. Es ist ein ewiger Kreislauf vom Nest zum Zuckerstück. Sehr deep. Oh, es sind Zivilisten, sind aber neu, oder? Dass der hier so rumrennt, das ist neu. Ja, aber die kann man nicht töten. Ich glaube, das ist auch neu. Das ist ja biederlich. Guck mal, der ist kugelunempfindlich. Na gut, er ist jetzt, er fällt um. Aber du kannst es trotzdem mir wehtun, ne? Wir müssen ein bisschen auf Friendly Fire achten, gell? Okay. Willst du, ich gehe mal auf die linke Seite, okay? Weißt du schon, was W, R und T... Achso, das sind die Klassen, oder? Nehme ich an. Rekrut. Oder nee, wie heißt unsere Klasse? Was? Wir sind Ranger. Genau, also R steht für Ranger. Timmy und Graufuchs. Graufuchs? Ja, bei Graufuchs steht ja das W da vorne. Nee, keine Ahnung, was das bedeutet. Na gut. Wir sind ja auch, wir haben es wirklich erst eben angepackt, ausgepackt und eingelegt. Und sind noch gar nicht so richtig drin. Fresh. Oh, Waffe, Waffe, Waffe. Ah gut, er holt sie. Sehr gut. Die Waffeneinsammlung ist ja unglaublich wichtig, oder? Das ist total wichtig, Mann. Das ist total wichtig. Und ich liebe es, wenn ich eine neue Waffe ausprobieren kann. Und das Vieh spritzt nur weg. Also es ist einfach sehr befriedigend, mehr Firepower zu haben. Das ist auch super gut. Klingt wie so ein militanter Waffenfreak, ne? Wie so ein amerikanischer... Im Spiel ist das okay. Ja, okay. Wenn Riesenameisen angreifen würden, wären wahrscheinlich die Amerikaner die einzigen, die uns kredieren können. Seien wir doch mal ehrlich. Das sind die einzigen, die genug Waffen gebunkert haben. Die haben auch sehr große Bürger. Die können erstmal ködern, weißt du? Ja, genau. Oh, siehst du sie? Ich such dich gerade. Bist du Timmy? Immer zu den roten... Nee, ich bin Dingspros. Colts, Signy? Ich weiß nicht. Ja, doch. Graufuchs bist du. Nee, nee. Du bist der Hüpfel, Colts, Signy. Was ist denn die Faszination EDF? Weil immer ich dir zugucke, sehe ich irgendwie immer dasselbe. Also, nicht negativ. Es ist für mich wie Rache. Rache an den Insekten. Aber weißt du doch, ich habe doch nur so vier, fünf Spiele. Ich habe einfach nicht mehr. Und dann spiele ich halt die wenigen, spiele ich halt bis zum Erbrechen. Pinball mag ich halt total. Und EDF habe ich jetzt schon jahrelang. Hast du wirklich schon jahrelang? Ja, ich meine, ich spiele das dann so 100 Stunden lang, irgendwie so zwei, drei Monate. Und dann lasse ich es aber auch dann Jahre sein. Und jetzt gerade kriege ich wieder total Bock, weil es richtig, richtig, richtig Spaß macht wieder. Also, ich fühle mich total wie in den anderen Teilen gerade zu Hause. Das ist super. Was findest du, hat sich optisch verändert? Für mich sieht es gleich aus, ein bisschen höher aufgelöst. Es sieht ein bisschen besser aus, ein bisschen flüssiger und ein bisschen schön animiert. Aber es ist immer noch nicht so wirklich Next Gen. Also, es gibt viele Viecher, das kann man bestätigen. Genau, es ist einfach, die kommen ja nicht mit so vielen Objekten klar sonst. Ja, es ist ja auch unglaublich viel los. Also, da kann man echt nicht meckern. Es kommen vor allem, ach, wenn ihr denkt, das wären jetzt große Gegner, dann wartet mal ab, was da noch alles kommt. Ich kenn das ja von deinen alten EDF-Teilen. Da bin ich aber überhaupt sehr gespannt, was hier noch passiert. Also, ich find dieses Level jetzt schon mal, das hab ich auch schon in EDF 2025 gesehen. Genau das Level, glaub ich sogar. Ja, sie nehmen, glaub ich, auch immer dieselbe Welt und bauen es einfach alles mit Höher auflösung. An den kann ich mich auch erinnern. Was ist deine Lieblingswaffe im alten EDF gewesen? Oh, das waren so viele. Das waren so viele. Jetzt bist du wie ein Amerikaner. Nee, das ist aber auch einfach so zeitweise. Also, sehr lange hast du so deine Lieblingswaffe, bis sie einfach nicht mehr stark genug ist. Bis die Panzerung einfach zu viel aushält. Und dann geht der Trouble nämlich los. Da musst du erstmal wieder, um an eine bessere Waffe zu kommen, die ersten Level in einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Aber dann ist es wiederum geiler, da nochmal in alte Level zu gehen mit mehr Feuerpower. Das macht dann halt auch wieder Spaß, weißt du? Und die ganze Zeit looted man natürlich. Und deswegen ist das eher so ein temporäres Ding. Man probiert eigentlich auch immer gerne eine neue Waffe aus. Ja, man will es immer ausprobieren. Genau, es gibt dann auch viele da, mit denen man nicht klarkommt. Jeder hat so seine Präferenzen. Eines ist mehr so sniper-mäßig und so. Hier kann ich mir eine Sniperwaffe gar nicht vorstellen. Ja, genau. Es kommt immer auf die Situation an. Es gibt ja auch durchaus, keine Ahnung, wenn die aus den Raumschiffen rauskommen, da brauchst du schon so eine Long Distance mit Wumms, weißt du? Das hast du wahrscheinlich schon angekündigt, aber das kommt ja auch noch. Da gibt es dann diese riesigen Independence Day-artigen UFOs, die über der Stadt schweben und ständig neue Gegner ausspucken. Genau, genau. Also es wird wirklich, es eskaliert irgendwann sehr schnell. Da müssen wir dann auch wirklich zusammenspielen, dass wir dann uns ein bisschen decken und der eine kümmert sich um die Horde und der andere um das Raumschiff zum Beispiel. Also es sieht bei mir eigentlich auch total gut aus. Ich habe volle Energie noch, volle Rüstung, ich habe zwei gute Waffen. Also es läuft easy. Vielleicht kann im Chat mal jemand uns verraten, ob man den Schwierigkeitsmodus, wo man den ändern kann. Wir waren schon so weit, dass wir es auch haben. Wir haben aber nichts gefunden zum Ändern. Vielleicht muss man es immer erst gemäß der Schwierigkeitsstufen nach durchspielen. Also erst easy, dann normal, dann kriegst du hard, dann kriegst du very hard, dann kriegst du Ian. Du hast, du hast, du hast, das sind ganz andere Waffen, als ich bekommen habe. Ja, aber so läuft das doch. Nee, normalerweise kriegt man immer dieselben Waffen. Das muss drin sein in einem Spiel. Das ist schon okay. Mach dir ja keine Sorgen, sei jetzt nicht lootgierig. Neide mir nicht meinen Loot. Was machen wir? Soll ich eine andere Waffe jetzt mal nehmen? Ja, ich will gucken, was ich neu habe. Okay, gucken wir mal. Wir haben jetzt natürlich Waffen geholt. Die werden wir jetzt ausprobieren. Oh, neuer Raketenwerfer. Oh, 130 Schaden. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Rocket Launcher und einem Missile Launcher? Missile Launcher, das haben meist so eine Homing-Funktion, weißt du? Ach, die schießt du in Fire & Forget sozusagen, die schießt du weg und dann ist sie... Die lockt sich an den Gegner, da gibt es aber auch unterschiedliche Modelle. Oh, einen Granatwerfer, den nehmen wir. Also der neue Raketenwerfer sieht gut aus. Wieder 1,8 Sekunden Ladezeit, aber zwei Meter mehr Radius. Da gehen noch mehr Ameisen drauf, das ist gut. Und dann... Das ist wie wenn ein neues iPhone rauskommt. Eigentlich dasselbe, aber zwei Meter mehr Radius. Kaufen sie jetzt. Für ein Monatsgehalt. Ey, shit, ich nehme halt die Shotgun, aber... Du hast mich... Vier Sekunden, ey, das ist echt lang. Die Shotgun fand ich gerade überhaupt nicht gut. Nee, ne? Ach, fuck, ich bleib doch beim Stummgewehr. War nicht stark. Das sieht jetzt für euch aus, als wäre es eigentlich egal, was man nimmt, aber es ist unglaublich wichtig. Wir haben schon Missionen gespielt in der alten Version, wo man nicht durchkommt. Ah, guck, siehst du das? Ah, da kommen die Spinnen! Geil, okay. Ich bin auch fertig. Wenn das jetzt Spinnen sind, dann muss man schon wieder andere Waffen aussuchen, weil Spinnen springen viel und am besten gegen Spinnen ist natürlich was mit Sucher, mit Homing-Dings. Da habe ich schon mal die richtige... Oder halt was mit Streueffekt, halt tatsächlich die Shotgun. Da wäre die Shotgun jetzt gut. Willst du noch schnell wechseln oder ist schon zu spät? Ich bleib dabei. Ja, aber dann nimm, genau, nimm die vierte Mission. Ja, okay, alles klar. Okay, bist du bereit? Ja. Weißt du, was mir fehlt bei EDF generell? Warum kann ich das nicht ausreden? Kannst du nicht bestätigen? Ich mach mal hier. Komplett. Mir fehlt diese allumfassende Story mit Zwischensequenzen, mit ein bisschen drumherum. Wäre ja nicht schlecht, weil wer sieht nicht gerne, wie Städte von Riesenmonstern kaputt gemacht werden. Also ich hätte da gern noch mehr drumherum, so ein Render-Intro oder vielleicht so schlechte Greenscreen-Aufnahmen mit asiatischen Darstellern in Rüstung. Warum nicht? Ich fände das total gut. Oh, da siehst du es. Ihhh. Mann, Ihhh. Jikes. Das ist ja widerlich. Ja, Ihhh. Oh Gott. Ihhh. Oh, oh, wir müssen sie trennen. Oh, sie ist gefangen. Okay, wer denn sie? Alles klar. Ich versuch gerade noch rauszukriegen, wie man die abfeuert. Visiere an. Wo bist du denn überhaupt? Schau mal auf meinem Bildschirm. Ich visiere an und kann sie schließen. Halt, halt gedrückt. Halt, halt gedrückt. Ganz lange, bis sich das Zeichen verändert. Und dann einfach loslassen, oder was? Ja, so müsste es eigentlich gehen. Aber der lockt gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ich nehme die nicht, die ist scheiße. Ja, du, also damit hast du einen Fee gedriffen machen mit der Air-Tour-Tours. Na, aber die klangen total cool. Die klangen cool. Na ja, dann kann ich ja. Total lange Ladezeit und die fliegt wie ein, 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 weißt du, wie in der Dentner drin. Stell dir mal vor, als würden sich wirklich in der Wall Street diese riesen Spinnenbreit machen und von Bankern ernähren. Das wäre ja wundervoll. Ich hab Probleme, ich hab Probleme. Ist das ekelhaft? Glaubst du, dass sich die Entwickler damit einen Gefallen tun, riesige Spinnen als Gegner zu nehmen? Wieso ist das so nah? Das ist ja ekelhaft. Ian? Was? Glaubst du, dass sich die Entwickler damit einen Gefallen tun, weil sie verlieren garantiert Kunden? Weil viele jetzt auch im Chat sagen, nope, 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 nicht mein Spiel. Man muss sich der Gefahr stellen. Ich mach's ja auch. Wer wissen will, was man gegen gigantische Spinnen unternehmen muss. Das ist umso schöner, wenn sie dann... Mit ihrer Spinne, Spinnenseil. Ich brauch link Energie, ich bin gleich tot. Ich bin gleich fucking tot. Oh Gott, dieses fürchterliche Drecksvieh, ich mach's alle. Ups, Entschuldigung. Oh, das ist ja richtig widerlich. Die hat mich mit ihrem Seil angegribbelt. Und jetzt klettert sie da rum. Und die hält auch noch viel aus. Die ist ganz schön gut gepanzert, ne? Boah, der Granatwerfer war wirklich eine schlechte Idee. Vielleicht doch ganz gut, dass wir auf easy sind. Wieso gibt's denn hier nix zu essen? Wo ist denn hier was? Die will einfach nicht weg. Ja, der Chat sagt zu Recht, boah, ist das eklig. Und auch wenn die Optik jetzt nicht nach PS4 aussieht, es ist wirklich verdammt eklig. Mir krabbelt's am Leib überall. Ich fühl mich so, ah, diese Beine. Es ist ganz schlimm, wenn die so vor dir landet, weißt du? Und wirklich so, ähm, dann wird sie über die Minder groß. Es ist wirklich schlimm, oder? Also es ist einfach, man möchte das nicht. Ich mag dieses Level nicht. Ich mag dieses Level nicht. Oh, ich komm hier nicht hoch. Naja. Okay, wenn wir jetzt Waffen einsammeln, können wir die beim nächsten Mal, selbst wenn wir jetzt verlieren, nochmal benutzen. Und es dann mit neuen Waffen versuchen. Was ich ein sehr faires Prinzip finde eigentlich. Okay, cool. Alles klar. Hast du gesehen, wie die Wecke platzt ist? Richtig so. Alle Achte von sich gestreckt. So muss es sein. Ist da auch schon so trockene Augen? Ja, weil man nicht blinzelt. Ey, das war schon, das ging jetzt doch ein bisschen schnell. Das ging schnell. Ich dachte, es werden mehr Spinnen. Harte Spinnen, aber eben nur wenige. Das heißt, später kommen davon Hunderte. Cool, cool, cool. Und dann hat man eben auch fettere Waffen. Stingray. Haben wir alle schon, ne? Haben wir schon. Okay, nächste Mission. EDF! Okay. Was machen wir jetzt? Willst du nochmal Waffe erinnern? Kommt auf die nächste Mission an. Ja, doch, mach das auf jeden Fall. Nimm diese Tortoise weg. Also da würde ich dir... Aber lass mich kurz mal... Die neuen Raketenwerfer, die sind toll. Da steht doch sicher unten, wie man die benutzt. Das will ich mir zumindest kurz mal angucken. Ja, okay. Giant Guided Missile with immense Destructural Power. Good Lockdown Range. Top Quality. Seit... Okay, es hat einfach so lange... Tatsächlich, die hat so lange gebraucht, um anzulocken. Und deswegen hat die nicht funktioniert. Nehme ich mal die neue Stingray. Den Granatwerfer wechsle ich auch. Was heißt denn der Torch? Guck mal, ein... Einfach... Ja. Oh, das habe ich nicht. Was will ich damit auch? Ich habe ein Protodiversal. Aber ich weiß auch nicht, was er mal... Irgendwas mit Nanomaschinen... Weiß jemand, wie das mit den Nanomaschinen funktioniert? Ja, ich nehme das. Ne. Ne? Ach so, im Chat kann man natürlich sicher mal fragen. Ich hätte im Chat wissen es einige Leute. Chat, weißt du, wie das funktioniert? Du musst 20 Sekunden warten und dann kommt eine Antwort. Chat sagt nichts. Okay, ich bin fertig. Okay. Ne, ich habe zweimal... Moment, ich bin etwas... 55 Euro, aber mehr als 200 Stunden Spaß, schreibt Demonic Avatar. Ja, kommt hin bestimmt. Du hast das Locker schon 600... Ja, mit 50 Leveln war ich bei 120 Stunden und war immer noch nicht gelangweilt. Also, keine Ahnung, es saugt einen rein. Ich finde auch... Erstmal machst du alles in Easy durch, dann machst du alles in Normal und dann noch mehr geile Waffen. Es macht dir auch im Multiplayer-Modus wirklich Spaß. Inferno ist dann richtig kackenschwer. Ich kann kein Inferno. Gibt es... Aber da draußen gibt es bestimmt Leute, die Inferno spielen. Ich habe dich ein paar Mal erwischt, wie du Missionen, ich glaube, in Inferno gespielt hast und meinte, Simon, hilf mir, du kannst das besser. Und willst du, dass da einer, der kaum gespielt hat, besser spielt als du, der das 120 Stunden trainiert hat? Da klingelt gerade was. Ja, ich war bei dir und du wolltest das... Das war 2017 Level 49 auf Inferno und du konntest das... Genau, du hast das... Ja, aber ich habe es nicht geschafft. Du hast das geschafft. Nein, du lügst. Oder du bist kurz vor Ende gekommen. Achso. Und ich war völlig baff, weil ich da schon wochenlang dran rumgeknabert habe. Jetzt willst du nur nett sein. Wahrscheinlich warst du vorhin so gemein, als ich nicht da war, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen hast. Das mache ich auch immer und dann redet man extra gut. Nein, ich kann mich daran erinnern. Ich sage es ja nur... Na gut. Okay. Oh Gott, wir müssen sie... Das Tolle an der Optik ist ja, dass wenn viel los ist, es eben nicht ruckelt. Oder er trotzdem einigermaßen flüssig läuft. Äh... Die Engine ist also nicht hübsch, aber sie kann einiges. Okay, cool. Weggesprengt. Alles klar. Oh, ich kann eine Frau nicht schreien hören. Wo ist sie? Gibt es eigentlich irgendwelche Probleme, wenn man die Häuser kaputt macht? Gibt es irgendwie Schaden? Weniger Geld? Weniger Waffen? Irgendwas? Nö, nö, nö. Ist egal. Das ist mehr Bewegungsspielraum. Sie haben die Stadt eh aufgegeben. Musst du aber auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht verletzt wirst dann dabei von den Trümmern. Das kann passieren. Ich weiß nicht genau, da hängt jemand im Netz. Was macht man damit? Schau mal kurz bei mir. Das Netz kaputt machen. Netz kaputt machen. Wir machen die Netze kaputt. Die halten echt eine Menge aus, ne? Naja, aber du weißt ja sicher auch aus dem Biologieunterricht, wie krass die Netzflüssigkeit der Spinnen ist, wie unglaublich stark und tragfähig sie sind. Das geht gar nicht kaputt. Insofern wundert es mich nicht, dass wir es nicht kaputt kriegen. Das ist unfucking zerstörbar. Das geht gar nicht. Guck. Ist das nicht? Irgendwer schreit da schon wieder rum. Okay, Ameisen. Ha, Ameisen. Da kann ich nur lachen. Eigentlich komisch. Viele, viele Ameisen. Ups. Findest du es aber nicht komisch, dass die Riesenspinnen sich nicht auf die Riesenameisen stürzen? So wäre es doch eigentlich. Die haben doch politisch, haben die doch überhaupt nichts gemein. Ich glaube, der Chitink-Panzer schmeckt nicht, weißt du? Ja, der muss doch so knacken. Das ist wie Erdnüsse. Laufende Erdnüsse. Diese Ameisensäude. Also kannst du dir vorstellen, was im Inneren ist? Diese orangene Ameisensäude, die Flüssigkeit. Lass mich mal gucken, was im Inneren ist. Moment. Ja, ja. Es ist Flüssigkeit. Ich will da gar nicht hingucken. Wie auch der fette Tank hinten abfällt. Da ist die ganze Spinnensuppe drin. Obdachlose können da drin wohnen. Da kommt doch auch diese Fadenscheiße raus, oder? Die Fadenscheiße. Aus dem Beutelsack einer Spinne. Ja, ne? Ja, schon recht. Irgendwo muss es ja rauskommen. Und wenn man Spinn frittiert, es gibt doch auch Völker, die sich Vogelspinn frittieren. Ja, aber das sind keine Menschen. Das sind Übermenschen. Ja, okay, aber die essen das. Ich glaube auch in China sogar. Natürlich in China. Oder sonst. Kennst du noch ein Land, wo alles gegessen wird? Boah, komm, die Eskimos tun auch so eine Robbe in die Mitte und dann wird die aufgeschnitten. Eine Robbe, eine Robbe ist ja wohl... Und roh, roh, rausge... Weißt du, schaufelt. Würde ich auch machen. Aus einer Robbe. Naja, wenn sie schon tot ist. Könntest du so Robben-Sushi essen, da ist noch alles dran, ne? Das wird echt nur in der Mitte aufgeschlitzt und dann isst du da die... Ich kann nichts essen, was noch ein Gesicht hat. Ja. Ich könnte nie irgendein Tier essen, wo man noch in das Tier reingreifen muss, um Teile rauszureißen oder so. Bei mir muss das alles schön verpackt sein. Aber bei Spinnen stelle ich mir... Und die Form haben von etwas anderem. Aber bei Spinnen stelle ich mir halt wirklich vor, wenn man die in frittierendes Fett dann schmeißen würde, dass die so popp und das dann so pffp, wie dieser flüssige Käse in manchen Würstchensorten. Es gibt so eine Wurstsorte mit flüssigem Käse drin und der hat auch einen sehr lustigen Namen. Komm, ich hab's schon wieder vergessen. Irgendwer von euch hat das erzählt. Ja, ich kenn diese Wurst. Ich kenn diese Würste. Ich kenn diese Würste. Ja, weißt du? Ah, ich häng in der... Hilf mir, ich häng fest! Oder Eiterwurst. Ian! Ich hänge fest! Was? Oh nein! Schieß dich frei! Schieß auf! Nicht mit der Bombe! Okay. Ich hab, glaub ich, nur solche Waffen. Ne Grande Atte. Dann bist du geliefert. Ah, ich bin frei. Okay, cool. Hab ich gar keine Energie mehr. Ich bin tot. Ich bin tot. Wirklich jetzt? Du bist auch fast tot, oder? Nee, ich bin noch super. Und jetzt kann ich dich reviven? Vielleicht, ja. Ich bin, ähm, der eine, der sich nicht bewegt. Da! Call Sign. Okay, okay. Alles klar. Der bin ich. Ich geh mal hin zu dir. Wär nicht schlecht. Das ging ja in Insect Armageddon, aber in den anderen zwei Teilen ging es nicht. Presse. Presse. Was? Was ist denn der Dingspacken? Äh, nein. Ich zeig nochmal. Vehicle Rescue Button. Yes man, yes man. Okay. Bist du überlebt? Yeah! Yeah man! BDF! Oh! Dann macht er einen. Hey, Spur! So, und wenn du jetzt, also die Vogelspinnen, wenn du die reinschmeißen würdest, wirst du einen so wie so ein D-Böller, weißt du? Oh, eine Spinne! Sie hat kein Netz mehr! Sie ist wohnungslos! Und stell dir mal vor, du hast so einen ganzen Beutel von kleinen Kreuzspinnen, die werden wie Popcorn, weißt du? Nur, dass du hinterher keinen Popcorn hast, sondern ganz viel Spinneneiter im Pop. Alter! Ian, willst du jetzt eigentlich, dass alle von diesem Sender runtergehen und nie wieder raufgehen, weil sie einfach dich über Spinneneiter haben? Ich muss irgendwie den Stress abbauen, ich bin hier unter Druck. Würdest du nur weitergeben? Nein, ich hab ... Graufuchs braucht Hilfe. Okay, wo bist du? Gray Fox! Wie kann ich dir helfen? Gray Fox ist, glaub ich, so ein fliegendes Wing-Ding. Der sieht aus wie frisch aus einem Anime. Warum kann der so was und wir nicht? Das ist eine Sie. Brauchen wir da quasi noch andere Rüstungen, bis wir das können? Ähm, nee, das ist eine andere Klasse. Wir sind ja Ranger, wir sind so die Purzelbaumsoldaten. Wir sollten gleich noch mal eine andere Rasse ausprobieren. Klasse, meine ich. Ja, ich mag die ja irgendwie am liebsten gerade. Aber kannst du gerne machen. Oder Fenster, willst du Fenster ausprobieren? Oh, fuck! Das ist der dickste ist das, weißt du? Oh, du musst mir leider noch mal ... Okay, ich komme. ... noch mal helfen. Alles klar. Der Chat kommt immer noch nicht über deinen Spinnen-Popcorn hinweg. Echt? Spinnen-Popcorn? Ist lecker, ne? Ich finde, so sollte es auch heißen. Spinnen-Popcorn. Spinni Poppi. Spinni Spannisch Popcorn. Kaufe es dir. Kostet nur ganz wenig. Süß und sauer. Und alter Geschmack. Stehst du da in der Kinokasse, ne? Möchten sie Popcorn salzig, süß oder mit Spinnen? Boah, mit den Spinnen-Eiern mit diesen kleinen, so drüber gespreuselt. Nein, nein, nein. Du sitzt im Film, du weißt nicht, was für eine Sorte so ein Popcorn ist und dann sieht's von oben normal aus und machst die erste Hand ab und aus dem Loch ... Die Leute kotzen gleich. Die Leute kotzen gleich. Ja, ich kotze auch gleich. Oh, neue Waffen! Cool, Torch. Was ist das denn? Oh, Emerald! Emerald! Den kenn ich, den Emerald. Den hab ich doch schon mal ... Emerald, du hast ja so einen Edelstern gewonnen. Emerald. Der war irgendwo in der Spinne drin wahrscheinlich. Where is the Emerald? Emerald. So die Granaten fand ich gerade ... Oh, Miss Lausche! Die Granaten fand ich grad schwierig, weil die, wenn man ... Ich hab am Anfang normal gedrückt und dann hat er die einfach nur so zwei Meter vor sich geworfen und ich hab's nicht gerafft, weil er auch so viel los war. Genau. Aber man muss sie halten und warten und das ist dann quasi die Wartezeit bis ... Bis man die Waffe wieder benutzen kann, dieses Anvisieren und langsam werfen. Fand ich interessant. Genau. Der Nachteil an Granaten ist halt, dass es lange halten muss und erstmal hier den Pfad bestimmen muss. Vorteil ist aber auf jeden Fall, es gibt keine Reload-Zeit. Das heißt, wenn du wirklich eine große Masse vor dir hast, dann kannst du ... und dabei rückwärts laufen. Und dann sind die ... Rückwärts laufen, das war's. Unter Umständen können die mehr als einen Raketenwerfer in so einer Situation dann halt. Also es gibt manchmal auch Granaten mit richtig viel Damage. Ja. Oh, da sind wir ja noch nicht. Da müssen wir erstmal ein bisschen hochzüchten. Nee, da sind wir echt noch nicht. Oh, wir sind ganz am Anfang, aber es ist schön. Weil ich weiß, es kommen noch tolle Dinger. Das ist cool. Okay. Ich bin auch schon ready direkt für das nächste. Ich hab jetzt mal eine andere Rüstung genommen und zwar die fliegende Rüstung. Dann kann ich dir von oben vielleicht ein bisschen Luftunterstützung geben. Ich nehme Amaral. Mal gucken, was der Amaral kann. Und jetzt probiere ich auch mal die Shotgun. Alles klar. Warum kam Simon zu spät? Ähm ... Das ist ein Geheimnis. Ja, naja, weiß grad gar nicht. Wir haben Werbespots gedreht. Die werden euch nerven auf YouTube und zwar endlos. Die laufen wahrscheinlich fünf Jahre lang. Und obwohl wir, das ist ein Witz, die haben, die dauern so lang wie ein Pre-Roll-Spot. Also 30 Sekunden. Und das waren One-Takes. Und jetzt rate mal, wie lange wir gebraucht haben. Ich bin seit 10 Uhr morgens hier. Und wir sind um halb neun fertig geworden. Das ist Werbung. Das ist zwei von diesen Spots. Das ist ungefähr die Dauer, die halt eine Minute Tatort braucht. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir jetzt so produzieren. Das komplette Gegenteil. Fertig, soll man nicht schneiden, zack. Und ich sag mal so, meine Leistung in diesen zweimal 30 Sekunden ist nicht sonderlich beeindruckend. Also nicht so, als ob ich mein Geld wert bin. Aber gut. Ach, du bist dein Geld immer wert, Simon. Ja, wenn nicht, sobald ich es auf dem Konto habe. Das ist auch wieder leider dasselbe Level wie im Vorgängerspiel. Nur, dass hier kein Licht ist und man so Taschenlampen hat. Ich fände es super, wenn die Regie schon mal den Spinni-Song raussuchen würde. Und das nächste Mal, wenn eine Spinne auftaucht, würde ich den gerne hier hören. Das wäre schön. Ich bin klein. Hol dir jetzt den Spinni-Song und zeig deinen Freunden, dass du ein Spinner bist. Wie ging das noch? Ich bin klein, ich bin haarig. Und ich bin schwarz wie die Nacht. Ich bin klein, ich bin haarig und ich bin schwarz wie die Nacht. Ja, das ist wirklich ein toller Song, Mann. Oh, die kann ich nicht benutzen, die Dinger. Scheiße. Oh ja, ich brauche eine andere Waffe, das ist ja gar nichts hier. Warum habe ich jetzt immer noch... Ich habe die Rüstung gar nicht, die ich eigentlich haben müsste. Kennen Sie? Die Flugrüstung. Scheiße, die knallen gegen die Decke. Ich habe irgendwas falsch gemacht eben. Oh, das ist nicht gut. Obwohl... Was hast denn du für Waffen, sag mal? Raketenwerfer und Assault Rifle. Okay, das ist schon mal ganz gut. Ja, damit kommst du hier auf jeden Fall besser klar als ich. Timmy! Timmy! Siehst du da hinten das große dunkle Loch? Das sind jetzt die Ameisenhüllen, oder? So ein bisschen hier. Was? Das sieht aus, als wären das so die Ameisengänge. Ja. Tief in der Erde. Ekelhaft. Wir sind in ihrem Nest. Wir gehen ja in ihrem Nest rein. Gruselig, ne? Das ist noch schlimmer mit diesem Taschenlampenlicht. Und da hinten sind sie nämlich. Das kann ich schon riechen. Da sind sie doch, siehst du? Oh fuck, da sind sie. Ich bin klein, ich bin heilig und ich bin schwarz wie die Nacht. Wenn du mich näherst, werde ich sauer. Und dann stehst du dich im Schach. Mit acht Beinen und Arme. Haben die wirklich auch keine. Darum gehe ich auch so selten und so ungern aus dem Haus. Das war nicht hundertprozentig korrekt, aber in ungefähr ist das der Spinnensong. Oh, für was wurden die Werbespots gedreht? Das weiß ich gar nicht, ob wir das sagen dürfen. Nee, bestimmt nicht. Hol dir jetzt die hässliche Spinni auf dein Handy mit ihrem beschissenen Spinni-Song. Sende einfach eine SMS mit Spinni an 6x0 und zeige deinen Freunden, dass du ein Spinner bist. Spinni grüßt dir. Das ist ja Badé. Das ist ja Badé. Das war Badé, ja klar. Ich hatte mein Gehirn nicht mehr, dass das Badé ist. Ja, das liegt daran, dass Andreas Badé war bei uns ein Cutter lange Zeit. Und wenn er dann irgendwas geschnitten hat. Ich glaube, die Leute kennen Badé. Der macht doch immer bei diesen Kino Plus mit. Das habe ich ganz vergessen. Aber trotzdem wissen vielleicht viele nicht, dass er mal Cutter bei uns war. Immer noch ist er. Er ist Deutschlands bester Cutter. Aber leider nicht mehr für uns. Seitdem er Deutschlands bester Cutter ist, ist er für uns zu teuer. Hat ihn arrogant gemacht, ja. Ja, es hat vor allem seine Preisvorstellung. Völlig. Er hat vergessen, woher er kommt. Er hat vergessen, was die Grundsteine waren, ne. Wie cool ist das auch? Der hat dann ... Ahhhh! 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 Hör auf! Mann, ich kann nicht spielen! Spinnen! Hör auf! Ahhhh! Hör auf jetzt! Ahhhh! 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 Ekelhaft! Ahhhh! 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 Ich kann wirklich nicht, ich krieg gerade wirklich einen Nervenzusammenbruch! Ahhhh! 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 Ahhhhh! Ahhhh! Ahhhh! Ich kann nicht hier! Ahhhhh! Ahhhh! 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 Wir pausieren! Ahhhh! Oh Gott! Guck dir das an! Ich fühl mich! Ahhhhh! Oh, und dieses Springen und Zappeln! Ahhhh! Ahh! Oh Gott, das ist ja fürchterlich! Ich hätte gern so einen Filter, der einfach bis auf so einen kleinen Ziel berreut�t! Alles abdeckt. Kacke! Okay, komm, wir müssen halt durch. Der erste Moment ist vorbei. Du kannst dich einfach so aus dem Nichts anfangen los. Alter, aus dem Nichts. Hast du gesehen, was da... Was ist da? Was ist da? Was ist da? Mach's nicht! Hilf mir! Hilf mir, Simon! Simon, Simon, komm wieder her! Simon! Ich brauch kurz. Ich kann wirklich grad nicht. Ich hab halt nur Folie, Alter. Hör auf mich, geh weg, mach nix, ja? Ich mach doch nix! Okay. Das Spiel macht was! Ich bin eh tot. Lass mich bitte einfach lieben. Ich möchte nicht wiedergelebt werden. Nein, 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 nein. Doch, Hilfe! Ganz ernst, Leute, wir faken das nicht. Und das ist auch kein Quatsch hier. Geht's ein bisschen... Es ist wirklich ekelhaft. Man, ich will wirklich nicht mehr. Es ist vorbei. Sind sie weg, alle? Ja, dieser Ansturm ist jetzt vorbei. Aber es werden noch mehr da sein. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Ich folge euch, aber ich bleib hinten. Toll. Alter. Alter, das meinte ich vorhin, ne? Wenn sie ganz nah an die Kamera springt und du diese hässliche Unterseite hast... Boah, diese 8000 Augen! Von oben und von vorne schon hässlich genug, aber von unten... Das hat auch was von dem Facehugger, ne? Der sah aus wie der Facehugger irgendwie so, ne? Ich finde auch, dass der Facehugger hat viel von der Spinne und es ist auch dieses Loch mit ein paar Zehen, was auf dich zukommt irgendwie. Das ist bei der Spinne auch ekelhaft mit diesen beiden Kauern vorne. Geht gleich wieder los, Mann. Ich meine, die wissen schon, was sie machen, oder? Die wissen schon, was sie da für ein Spiel machen und dass das ekelhaft ist. Oh, danke. Das Lustige ist, ne richtige kleine Spinne, die kann ich, muss ich manchmal, wenn, du kennst es ja, wenn die Freundin sagt, töte sie und du sagst, man tötet jetzt nicht einfach ne Spinne, dann muss man da immer, muss man sie so auf die Hand und so, die ist so winzig, kein Problem. Aber sobald du die genau anguckst, kriegst du nichts dafür. Die kleinen sind aber auch schlimm, die kleinste Klinie im Schlaf, in die Nase und in die Ohren. Das ist ihr erklärt das Ziel. Ich bin aufgewacht und, und, und. Und kam echt ne Spinne raus, aus meinem Mund. Ähm, der Mensch ist doch statistisch auch viel Spinne in seinem Leben. Das ist ne Lüge. Das hab ich schon oft gehört, dass das ein Quatsch. Das ist Quatschgelar. Ja, aber die, 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 die klabern wirklich in den, ähm... Das zweifelt, das weiß ich nicht. Das ist mir passiert, das ist mir wirklich passiert. Und in meinem Ohr auch. Ekelhaft. Die wollte nur in die Wohnung zurück, die hatte den Schlüsseln vergessen. Ne, ich denk auch manchmal... Weiß auf. Hast du auch manchmal das Gefühl, wenn du mit Q-Tips da so, dass da manchmal so Mini-Spinnen... Nein, tut mir leid. Wir haben ja viele, viele seltsame Gedanken und Phobien, aber nicht das. Gestern lief ein geiler Film auf der Jean Denale, der hieß Herman the German. Und der, der ist ein super geiler Film. Das ist, es gibt in England, gibt's einen. In London, ähm, da ist so ein Typ, der heißt halt Herman the German und verkauft halt auch irgendwie so Wurst oder so. Ey, genau. Wurst, Wurst. Es fängt an mit einer langsamen Fahrt auf so eine Mikrowelle und eine dicke Wurst drin. Und der Typ sieht so deutsch aus. Das ist der deutscheste Film überhaupt. Und er ist halt Bombenentschärfer. Und irgendwann merkt er, dass er keine Angst mehr hat. Und dann geht es zur Ärzte, Anke Engeckel. Und die sagt ihm, okay, Sie müssen hier da Angst wiederfinden, sonst ist es gefährlich, sonst können Sie nicht weiterarbeiten. Und dann probiert er alle Phobien aus. Und das ist fantastisch. Allein schon die Idee ist gut, ne? Alle? Er versucht, er versucht dann seine... Aber er hat halt die Krankheit, dass er furchtlos ist, weißt du? Das ist keine Krankheit. Er kann überhaupt keine Gefahr einschätzen. Ja, naja, wenn man zumindest noch kognitiv smart genug ist, um zu raffen, ich sollte jetzt vielleicht halt nicht ohne Fallschirm da irgendwo runterspringen. Dann ist das eigentlich sehr gesund, finde ich. Wenn man keine Angst hat. Genau, das passiert in dem Film auch. Oh. So. Ähm. Wir sind jetzt echt fertig, ne? Komm, sollen wir noch eine... Komm, wir machen weiter. Simon, wir müssen da jetzt... Ja, ich... Das ist wirklich... Das ist jetzt kein Scheiß. Ich bin ja auch ein alter Mann. Ich muss auch erst mal wieder runterkommen. Du kannst mich nicht triggern. Und dann erwarten wir schon... Wir haben ja weh getriggert, doch mit Schreien angefangen. Ich war vorne. Ich habe nur reagiert auf... Oh Gott, mein Herz. Ey, das wäre im echten Leben genau so gewesen. Total auf Adrenalin. Das wäre genau so, wir wären so reingelaufen und ich wäre schreiend rausgerannt. Genauso wie gerade eben. So war die Situation, als ich mit meinem Bruder im Auto saß und... Ach, der war noch nicht dabei. Das habe ich Marco erzählt, mit dieser Story. Da kam, aus der Ablage kam, ich wollte in den Spiegel gucken und von da kam die Spinne raus und es ist mir zwischen den Beinen gelandet. Hier zwischen. Und ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich habe sie wirklich nicht wiedergefunden. Die kam... Oh Gott, mein Gott. Das war ganz schrecklich. Jede Spinne braucht eine Nummer und muss archiviert werden, dass man immer weiß, wo sie ist. Okay, komm, wir töten die jetzt alle. Es gibt nichts Schlimmes... So, du musst, glaube ich, noch Preparation Complete auswählen. Ja. Ich war ja auch Karneval und dann hatte ich so eine Perücke auf und dann war ich unter der Dusche und dann kam auch hier das ganz... Und dann hat der Dusche auch noch, wie in Arachnophobie. Wie viele Spinnengeschichten hast du? Ich habe echt viele, ne? Und dann war es auch so dick und es hing dann an meiner Hand und ich habe so geschüttelt und es hing immer noch an meiner Hand. Aber es war halt nur von dieser Afro-Perücke. Ich verstehe, ja. Aber ich hatte meine Brille nicht auf. Ich dusche nie mit Brille. So, ich habe mal eine neue Klasse gewählt. Ach, nö. Du musst unbedingt auch mal eine andere Klasse wählen. Was hast du denn da? Jetzt habe ich den Gleiter sozusagen. Okay, ich probiere jetzt mal den Fenster. Ich weiß noch nicht, welcher das ist. Okay, mach ich mal. Aber ich mache halt am liebsten den Ranger, der ist... Ich dachte mir so, für die Zuschauer, damit die mal ein bisschen was anderes sehen. Weil der vierte zum Beispiel in der Klasse hat so eine Megabrumme. Wir machen gleich mal Fenster, ja. Also aus der Ferne... Äh! Ich sehe es aus dem Augenwinkel, wie eklig das ist. Ich bin gelandet und direkt vor ihr gelandet. Ja, ich... Es war einfach zu groß. Der ganze Bildschirm war ausgefüllt von Spinne. Geh auf Abstand, geh auf Abstand. Echt, von hinten geht's. Wenn sie weit genug sind, dann kann man draufballern. Okay. Das ist gut. Das ist cool. Wir haben die Situation in der Kontrolle. Dabei wollten Spinnen gar nicht. Ich hab ja noch viel. Wollten nur an den Hochsprung-Meisterschaften reinnehmen. Es ist schwer mit dem Plasmasschuss, nicht jemanden zu treffen aus dem Eintritt. Hier, sieh mal, guck mal, guck mal. Ach nee. Ich schau... Schade. Ich war gerade so beeindruckend, wie sie wirklich Platz ist. Aber so stark ist die Stadtgang gar nicht. Vielleicht war das gerade ein Fehler. Nee, stimmt, ist gar nicht so stark. Hm, ich seh keine Spinnen mehr. Ich sah einen Schatten gerade. Aber ich finde diesen Flieger ziemlich praktisch in seinem Suit. Naja, du kannst jederzeit nach oben fliegen und einfach mal gucken, was sich so ergibt. Oder auch auf die Häuserdächer, gell? Kam ich bisher nicht drauf. Die sind manchmal nicht drauf. Das ist groß genug. Ja, dann kommt ich drauf. Von einem kleinen auf einem großen. Sehr gut. Ja. Und da kannst du auch lecker dich hinstellen. Ja, und sicher gibt es auch noch bessere Rüstungen. Wie sehen denn deine Schüsse aus? Zeig mal. Das ist mein Plasmaschuss. Ist das so wie der Raketenwerfer oder was? Und das hier ist so eine Art MG mit irgendeinem Elektroschuss. Ja, ganz cool. Kann man machen. Ja. Da sind sie bei EDF aber auch sehr, sehr kreativ. Also es gibt so viele Waffengattungen. Gab es nicht irgendwie 300 Waffensorten oder sowas sogar? Ja, ich finde auch, dass andere Spiele versprechen viele Waffen und liefern dann immer wieder dasselbe ab. Aber EDF hat, finde ich, doch eine ordentliche Bandbreite an verschiedenen Waffen, die sich auch völlig unterschiedlich spielen. Vor allem, dass du dann auch so lange überlegen musst. Nehme ich jetzt wirklich lieber einen mit mehr Ladezeit oder nehme ich mehr Capacity oder Damage oder Radius. Ja, man muss wirklich manche Missionen mehr verspielen. Immer wieder. Das sind so kleine Parameter, die dann über Sieg- oder Niederlage entscheiden tatsächlich. So, wo sind noch Feinde? Oh, ich... Ah, äh. Ach. Oh, da ist auf jeden Fall wieder ein riesiger... Määäh! ...der auf den Zug kommt. Ich muss aber sagen, die Optik jetzt rein im Vergleich ist schon deutlich besser als bei EDF 2017. Oder? Ja, 2017 auf jeden Fall. Also ich meine, es sieht schon... Aber 20, 25 sieht... Also es ist nicht nur ein so großer Unterschied zum dritten jetzt, ja. Oh Gott, schon wieder so ein Ding. Oh, oh, sie... Oh. Sie sind sogar noch klein, ey. Oh. Die werden nicht noch größer. Oh Gott. Ich könnte jetzt daheim sein. Ich auch nicht. Man entwickelt Hass auf Spinnen, obwohl die einem nichts tun. Der Hass war schon immer da. Jetzt sind wir ja auch mehr Spinnen geworden. Der Hass war schon immer da. Päh! Eigentlich müsste es nicht... Das spielt ja in Asien irgendwo, nehme ich an, in Japan oder so. Müsste eigentlich in Australien spielen. Da würde keiner sich wundern. Da würden alle sagen, typischer Montag. Uuuh! Oh! Oh! Habt ihr das gesehen? Nein! Es ist widerlich. Es ist kackwiderlich. Ich sag dir, muss ich aus der Ferne erledigen. Äh. Okay, immer auch schön nach Waffen gucken, ne, Simon? Hier, grüne Kästchen, ne? Bist du noch bei mir? Naja, ich bin hier. Hobie, bist du noch da? Ich bin fast da. Oh, hast du sich fliegen. Das waren sie alle! Ach ja. Jetzt riefen wir ein paar andere Gegner. Oh, der Chat sagt, das ist im Grunde 2025. Nur nochmal Next-Gen aufpoliert. Ach so, okay, okay. Deswegen kommt dir wahrscheinlich auch alles so bekannt vor, oder? Ja, okay, ja. Ja, das kann ja sein. Das machen die ja gern mal. Ist ja auch an sich okay. Man muss es nur wissen, was man sich da ins Haus holt. So, nimm mal eine andere Klasse. Ich hab jetzt den Wingdiver. Ich fand den gut. Ich nehme aber jetzt mal den Air Raider. Coordinate Airstrikes und Bombardement. Ach, warum nicht? Probiere ich mal aus. Scheiße ist natürlich, dass man jetzt wieder ganz von vorn anfängt. Die haben nämlich noch gar keine neuen Waffen, gell? Jede Klasse sammeln. Alles noch Level-Null-Weapons, ja. Die haben sehr interessante Waffen. Also das ist schon wirklich nochmal völlig anders als das, was wir gerade hatten. Vibro-Hammer. Ich kann sogar ein Panzer rufen, wenn ich das richtig hier verstehe. Ja? Ich kann so ein komisches Gefährt rufen. Hm. Gut. Okay, ich probiere mal. Ich habe gehört, der ist ein bisschen schwieriger zu steuern. Fenster? Okay. Ich habe den auch schon mal probiert. Ich fand den sehr langsam. Oh, der sieht aus wie aus Fallout. Irgendein Suit. Na gut, dann komm, lass mal die nächste Mission machen. Wir kommen, wir spielen das hier auch noch durch. Okay, alles klar. Yeah, cool. Nee, das sind 100 Level, glaube ich. Sag ich doch, wir spielen das noch durch. Wir haben noch bis 10, oder geht's wahrscheinlich? Dann haben wir noch eine halbe Stunde. Nur noch? Ich weiß nicht, wie lange wir heute wirklich... Alter, wie krass. Ah, ich guck mal, hier hat gerade schon jemand... Nee. Komisch. Machst du complete? Ups, Entschuldigung, mein Fehler. Der sieht schon geil aus, ne? Guck mal, guck mal, was da hier so diesen Speer, den er hat. Weißt du, der fährt so aus. Siehst du, das ist so ein... Ja, klar. So ein Pressluft-Sperr. Pressluft-Sperr. Stell dich an so eine Speer, damit wir den immer wieder zurückholen können. Der, der... Oh, lass mal kurz uns alle angucken. Der Warhammer 2000. Ja, das bist du. Oh, ey, ey, ey. Kann gar nicht nach vorne. Kann mich gar nicht von vorne sehen. Geht nicht. Ja, du siehst auch von vorne, gut, da ist ein Schild. Ups, keine Ahnung, war ich das nicht? Was ist passiert? Ich hab... Nee, ich war das nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich glaub, das war ich nicht. Tot ist er plötzlich. Bist du tot? Nein. Aber ihr habt sehr viel Energie verloren. So, jetzt muss ich nur noch raffen, wie das hier funktioniert. Okay, Götlinge, schon mal fett. Hä? Wie ist denn das? Oh, shit. Ah, Minen. Das sind Minen, okay. Lauf nicht in meine Minen. Jump. Boah, die Götlinge braucht aber echt lange, um anzulaufen. Okay, das ist richtig schwer. Und ich bin lahm. Ich bin scheißelahm. Oh, guck mal, da ist ein Mech. Was ist denn das für ein Mech? Den hat wahrscheinlich einer gerufen. Hast du den gesehen? Ui. Ja, der hat sich kaufungsgerufen. Cool. Das ist ja süß. Der ist wie aus Robocop. Der sieht aus wie aus Robocop ein bisschen. Ja, natürlich. Ja, ein bisschen. Aber ich finde, alle Mechs sehen irgendwie aus wie das Ding aus Robocop. Weil es irgendwie auch einer der Ersten war, der es auf westlicher Manier gut gemacht hat. Wir haben wieder unsere Lieblinge da hinten. Das Dumme ist, ich habe diese Minen und wenn ich jetzt da angekommen bin, damit ich die ja nicht legen kann, dann ist schon wieder alles vorbei. Püm. Aber es gibt sicher gute Verwendung. Oh, hier, ich kann den Panzer rufen. Soll ich mal machen? Ui. Ach du, ich rufe einen Panzer. Hier, er kommt. Also, er müsste jetzt irgendwie kommen. Boah, das Hammer! Ah, da ist er. Boom. Boah, was machst du denn da mit diesem Riesenklau? Vibrohammer. Cooler Vibrohammer. Ich habe ihn aber jetzt noch nicht an der Spinde getestet. Okay, Panzer. Wie gehe ich in den Panzer rein? Uh, boom. Das ist der Vehicle-Button. Was könnte sein Kreis? Oh, Panzer. Ist doch schön. Okay. Wie ist dieser Speer? Okay. Cool. Hoffentlich hat er kein Timelimit. Ähm, nee, der, ich glaube... Da fühle ich mich sicherer. Bei, ähm, wenn du kaputt gehst, dann, ne? Lustigerweise ist es mir hier egal, wenn die Spinnen dabei nicht dran sind. Mit dem Panzer? Ja. Warum ist das so? Das ist doch nur so ein Psycho-Ding, ne? Das ist rein psychologisch. Das ist doch wirklich spektakulär eigentlich. Wie dumm mein Gehirn ist. Es rafft es einfach nicht. Aber vielleicht haben wir uns jetzt auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Nee, nee. Das liegt wirklich daran, dass der... Glaub mir, das liegt für mich dran. Ich finde sie schon ein bisschen weniger ekelhaft. Nee. Ach, muss mich immer noch zusammenreißen. Aber ich fühle mich halt sicher. Also, ich gucke da aber auch nicht wirklich drauf. Ich gucke eigentlich immer so neben die Spinnen. Du auch? Was ist dein Geheimnis? Ich gucke immer neben die Spinnen. Das Speer hat ja nicht so die Mega-Weichweite. Naja, das ist natürlich wahrscheinlich eine starke Waffe. Die dann eben nah dran sein. Ach, ich glaube, ich stecke mir auf. Also, ich komme mit dieser Panzerklasse wirklich noch nicht so richtig... Ist das zu schwerfällig irgendwie? Ich glaube, ich bin mit der anderen Klasse effizienter. Ja, aber stell dir eine Kombination vor, aus einem, der oben rumfliegt. Ein normaler Grunt unten, dann Panzer, Mech. Das ist doch alles richtig amtlich. Ja, das wäre gut. Ich meine... Ah, jetzt ist der Panzer kaputt. Die Spinne, äh... Der Panzer, meine ich, hält ja auch einiges aus. Und die spinnen ja auch. Das ist schon das richtige Werkzeug. Aber wie soll denn eine Spinne mit dem Kackfaden den Panzer kaputt machen? Das ist doch alles nicht logisch. Weil die haben eine enorme Kraft. Durchbeißen kann sie ja eigentlich auch nicht. Ja, unterschätzt nicht, wie viel Kraft die in ihren Beinchen haben. Ja, okay. Wenn sie... Proportional, genau. Aber da ist auch einiges los. Ah, da sehe ich dich. Du springst hier rum. Juppi. So, komm, wir beide bleiben jetzt mal zusammen. Oh, geh weg. Ja, okay. Aber die Klasse, die du gerade hast, ist wirklich sehr langsam. Ja, mit diesem Dash geht's, wenn man dasht. Nicht schlecht. Okay, da hinten kommen die Dinger. Oh, ist das langsam. Bist du auch noch ganz hinten, oder was? Das ist immer so schockierend, wenn man auf der Karte sieht, wie viele Gegner da gerade ankommen. Jo, okay. Welche Waffe, welche Waffe? Gatling. Ja, komm. Deploys. Okay, so, jetzt mache ich hier alles mit Minen zu. Ja, 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 das ist krass, das sind viele. Also, ich sehe nur das Spinnfäden. Ich sehe nur das Spinnfäden. Oh, was ist das? Oh, hast du das? Oh, hast du das gemacht? Oh, ich weiß es nicht. Das ist alles orange. Eigentlich habe ich, vielleicht habe ich da irgendwas mit zu tun, aber eigentlich wollte ich nur einen Panzer rufen. Ähm, ja. Wenn hier jetzt One Punch Man, das wäre sinnvolles Placement. Von dem gibt es bestimmt auch irgendwann ein Spiel. Oh, wie gerne würde ich One Punch Man als Spiel haben, wirklich. Ja. Ganz toll. Ich freue mich ja auch auf Attack on Titan. Alter, Probleme, Probleme, Probleme. Ich fände sogar sowas wie... Oh, 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 tot. Stell dir mal sowas wie ein Detektiv-Spiel à la Parasite vor. Also, mit dem Setting von Parasite, aber es ist so ein, finde raus, wer der Mörder ist oder wer der Parasit ist, Style. Oder jage Parasiten, das wäre schon geil. Ja. Oh, Mann. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, er wird mir echt... Ich wollte dich besteigen. Ja. Kannst du mich beleben, bitte? Ich bin tot. Oh, nein! Jetzt habe ich wieder Angst. Ja, das ist total. Ich bin tot. Kacke. Ich bin tot? Ach, kacke. Ich bin tot. Ja, siehst du, das ging jetzt nicht. Jetzt haben wir es nicht geschafft. Scheiße. Guck, der Panzer war... Jetzt sind wir hängen geblieben. Ich komme nicht klar mit der Panzer-Klasse. Ist ja okay, wir nehmen neue Klasse. Wir müssen das Beste nehmen, was wir haben. Ich gehe nochmal auf den Ranger. Du hattest gerade Fenster. Okay, dann bleibe ich bei Wingdiver. Das war auch zu schwach gewesen. Das war echt gut. Ja, nach dieser Fliegerei... Okay. Oh, nee, mein Ranger hat ein neues Sturmgewehr. Das muss ich unbedingt probieren. Nehme ich zwei Plasma-Waffen, das wird schon reichen. Geil. Ich mache das jetzt so. Ja, cool. Okay, alles klar. Preparation complete. EDF, go, ho! Okay. Spielen wir jetzt eigentlich online mit anderen Mitspielern? Ist dieser Graufuchs ein Freund von uns oder ist das KI? Ich weiß nicht, ich spiele nie online. Soll ich? Ich verstehe das nicht, was da passiert. Keine Ahnung. Das stimmt tatsächlich. Ian spielt nie online. Warum eigentlich? Du hattest so viel Spaß, gerade bei dem Spiel. Ich bin halt nie der Zocker und ich habe bei Game One nie ein Spiel bekommen. Ihr Redakteur habt immer alle Spiele bekommen. Du hast alleine 30 Spiele von mir. Das erste Mal, ja, du hast mir welche ausgeliehen. Aber besitzen... Geschenkt habe ich sie dir im Grunde. Nach einem im Jahr gehören sie mir. Besitzen tue ich fünf. Und ich war immer, immer frustriert, weil ihr habt immer alle Spiele gekriegt und ich habe nie eins gekriegt. Es ist, ne, es war ja früher auch anders. Es hätte ein großer Zocker werden können, aber nein. Früher wurde gekämpft um Spiele. Früher war das das Einzige, was man hier bekommen hat. Ich wollte gar nicht rein in diesen Fast Night Bloodsport. Ja, wir sind zu viele Leute mit zu wenig Spielen. Es gab schon, da gab es schon manchmal, ne, wo es sich um die Spiele wirklich betügelt. Ist doch klar. Ja, auf jeden Fall. Da kommt ein Spiel raus, ist toll und wir kriegen eine Version und haben zehn Leute, die gerne einen spielen würden. Genau. Und dann versucht sich erst mal einer schnell zu melden, ja, ich mache den Beitrag. Das ist ja okay, das ist die Bezahlung dann. Ja. Aber schlimm ist, wenn der eine den Beitrag macht und merkt, das Spiel hat aber der andere bekommen, dann fing die Scheiße an. Boah, das ist toll. Weil diese Heimlichkeiten... Wenn die Regie mal kurz auf mein Bild spratzen möchte, da sieht man einfach, wie toll die Klasse ist, weil man so einen Überblick hat. Oh, das ist echt ganz geil, ja. Das sieht vor allem schön aus, Moment, ich mache es nochmal, hui, und dann sieht man von oben und kriegt richtig Angst. Okay, Simon, wir müssen, wir dürfen nicht nochmal versagen. Wir müssen gut spielen heute. Ey, ich habe gute Waffen, das klappt. Okay. Das war eben wirklich nur die Klasse. Okay. Da hätte ich vielleicht ein bisschen farmen müssen noch in den kleineren, leichteren Leveln. Wo sind mir zu viele Menschen drum, die dann immer voll die Flinte. Oh, siehst du das da hinten? Auch man hier Taktik. Das ist eigentlich eine Sache, die ich mich frage. Mit Sicherheit geht es besser mit ordentlicher Taktik. Ja, das kommt schon drauf an, auf welchem Weg du dich der Masse näherst, weißt du. Und enge Gassen jetzt zum Beispiel, du kannst die ja auch in so ein aller 300 in so einen Tunnelgang leiten und dann kannst du sie leichter... Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, klar. Deswegen ist es auch nicht immer gut, Gebäude alle wegzuschießen. Kommt auf den Gegner halt an, ne? Ja. Und nie, nie, nie. Aber gerade in der Multiplayer echt gut vor. Auch wie beim Straßenkampf, weißt du, nie umkringeln lassen. Der Tod ist, wenn jemand von hinten oder von der Seite kommt. Du musst sie immer vor dir halten. Ich dachte, das Wichtige im Straßenkampf ist, dass man in den Blutrausch geraten kann. Das stimmt auch, ja. Es gibt zwei wichtige Regeln, ja. Und Ecken abkleben darf man auch nicht vergessen. Ecken erst. Zwei wichtige Regeln. Also die zwei Regeln der Stadt, also die vier. Irgendwann entsteht das. Immer was zu essen dabei. Zeitklapp hat am Anfang auch noch eine Regel. Ich glaube, dass man danach gestärkt ist und die zweite Runde gewinnt. Ja. Was sagt die? Was redet die? Was will die? Ich habe nicht zugehört. Ich höre nichts. Kann ich reden, muss kämpfen. Ich wette, dass ganz viele, die nur durchsäppen und diese ganzen Viecher und so sehen, automatisch erst mal dranbleiben, weil es einfach was ist, was man nicht oft sieht. Kennst du irgendein Spiel, was auch ist wie EDF? Da hatte Marco einen ganz treffenden Vergleich, was die Masse an Gegner angeht, Dynasty Warriors. Ja, stimmt. Also unter dem Aspekt so. Das kommt hin und die vielen Klone, die es davon gibt. Aber es ist ja natürlich wesentlich ballerorientierter. Vor allem eben nicht so große Gegner. Ich finde, das ist ja nochmal eine Besonderheit. Große Gegner trifft man aber auch leichter, aber es ist gut ausbalanciert. So, ähm, die sind so verstreut hier die ganze Zeit, ne? Ja, die versuchen uns mehr oder weniger taktisch an mehreren Seiten anzugreifen. Das klappt aber nicht. Und, ähm, ich habe auch schon Ewigkeiten keine Waffe mehr gesehen. Du? Was ist hier passiert? Warum ist so ein Klotz auf mir gelandet? Achso. Ähm, doch, hier vorne ist mal wieder eine. Die hole ich mir mal. Hier links ist auch eine Waffe. Cool. Ach nee, das hier ist Rüstung. Aber man übersieht sie schnell. Sie ja nicht, sie ja nicht. Sammeln wir die denn füreinander ein? Nein, oder? Wir sammeln die nur für unseren Charakter ein. Okay. Ja, Lost Planet, stimmt. Das sagt der Chat. Habe ich ganz vergessen. Lost Planet ist wahrscheinlich am nächsten dran von allen Spielen. Das habe ich dir auch schon ein paar Mal empfohlen. Da habe ich dir sogar eine Version mal gegeben. Im Schnee, oder? Schnee, genau. Hier, jetzt gibt es da auch Spinnen. Gigantische Gegner. Na ja, spinnenartige Alienwesen. Also es gibt sehr viele eklige Wesen da. Ja. Und die sind alle riesig. Die kommen aus dem Schnee unten aus dem Boden raus. Okay. Nee, verständlich schon. Doch. Alright. EDF. Okay, das könnten jetzt die Flieger sein, ne? Ich glaube, das sind die Flieger jetzt. Ja, wir hatten jetzt auch genug Spinnen und Ameisen. Jetzt muss mal langsam was anderes kommen. Ah, da gehen schon die Häuser kaputt. Dieser Meck ist ja... Ja, es sind ganz viele Sprungspinnen. Sind es? Gibt es ein Nest oder gibt es kein Nest? Siehst du das? Nee, sieht aus wie normal. Okay. Boah, ich muss gerade dran denken. Es gibt dieses Spiel, das ist sehr alt, aber ich fand es damals toll. Von CinemaWare. It came from the desert. Und das ist so die... Das hast du doch mal ausgegraben. Genau. Du hast ja auch die Würstchen aus deinem Bauch geholt. Stimmt, ja. Das war die Gemond-Zeit noch mit ausgegraben. Wo wir mir die Würstchenkette aus dem Bauch gefühlt haben. Mit diesem scheiß Ameisenkostüm, weißt du, mit den Pappfühlern. Erinnerst du dich noch? Ich weiß alles noch. Du hattest einfach nur so getapete Drahtbügel als Fühler. Nee, aus Holz. Es war ganz billow, wie immer halt. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Ja, war schön. Und in diesem Spiel gibt es auch am Ende so die Invasion der Ameisen in der Kleinstadt. Und das sieht ähnlich aus von der Masse. Aber es ist eine ganz andere Art von Spiel. Aber kann ich sehr empfehlen für Leute, die alte Klassiker-Nummer spielen wollen. Das ist ein echter. So. Natürlich empfehle ich auch allen die Antenna, Angriff der Riesenspinnen. Thematisch passend. Der ganz frühen Folgen, ne? Da warst du auch dabei noch, ja? Ja, genau. Das ist doch einer der ersten fünf oder so. Das war die erste sogar. Die Angriff der grünen Spinnen. Okay, ja. Doch, das war die allererste, ja. Stimmt. Jiii! Was? Eine Umfrage. Umfrage? Ja, warum nicht? Eine gute Idee. Wir machen eine Umfrage. Das würde mich auch interessieren, wie viel unserer Zuschauer. Ich würde gerne wissen, ob die Angst eher verteilt ist, ob die Angst eher verteilt ist auf Spinnen oder auf Steuer. Wofür haben die Menschen mehr Angst, vor Spinnen oder vor der Steuer? Da werden sie alle Spinne sagen. Ja, ich würde Steuern nehmen. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn ich die Wahl hätte von einer Riesenspinne? Okay, nach der Werbung. Oh, wie heißt das, wir haben Werbung? Oh, gut, interessant. Das kann man doch nicht vergleichen. Steuern sind doch eine völlig andere Sache. Ja, sind viel schlimmer. Sind auf einer ganz anderen Dimension schlimmer als Spinnen. Spinnen sind physisch, Steuern sind metaphysisch, die sind über dir, in dir und vieles mehr. So, wir müssen kurz... Wenn du es so beschreibst... Ja, denk mal drüber nach. Denk dir auch mal drüber nach. Wir sehen uns gleich wieder und dann habt ihr hoffentlich diese Frage beantwortet. Dann geht es weiter mit IBF. Bäh. Viel Spaß. Ja, tschüss.